Hallo, Rides in the Storm hier mit dem FEG, dem Flexible Envelope Generator. Der FEG besitzt eine Attack Time, Decay Time, Sustain Level und eine Release Time. Die Zeiten lassen sich umschalten von Slow zu Fast. Das Ganze lässt sich auch fernsteuern. Ab 1 Volt schaltet er um von Slow zu Fast. So lassen sich schöne dynamische Verläufe erzeugen. Der FEG besitzt auch eine Loop-Funktion. Das Ganze lässt sich umschalten. Das Ganze lässt sich umschalten. Das Ganze geht dann bis in Audio-Rage ein. Zudem gibt es eine One-Shot-Funktion. Dazu muss ich in den Loop-Modus gehen. Und der durchfährt die gesamte Hüllkurve mit nur einem Trigger. Das ist praktisch. Wenn man eine Trigger-Sequenz hat, so kann man die komplette Hüllkurve nutzen. Ansonsten brauche ich ein Gate, der dann das Sustain Level bestimmt. Ansonsten das Gate-Signal ist ja nur ganz kurz. Wenn ich jetzt auf Gate schalte, da spricht er gerade mal den ersten Teil der Hüllkurve an. Und so gehe ich auf One-Shot. Durchläuft also die ganze Hüllkurve. Es gibt noch einen Inverse-Outgang. Das Ganze also invertiert. Ja, das war's zum FEG. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020